Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Forest mit dem Timo. Wir sind hier fleissig am Bauen und Holzfällen wahrscheinlich, also der Timo macht hier sein Seil zurück, dass wir runterkommen und ich mache hier auf der anderen Seite die Steige, dass wir wieder raufkommen. Und ich würde mal behaupten... Ehrlich renne ich durch den Wald und friss eine Beere. Ah ok, ja gut, dann machst du das. Aber eigentlich wollte ich gerade sagen, dass wir wieder schlafen, wenn es wieder dunkel wird. Gehen wir kurz schauen. Wir können noch nicht gerade schlafen, es geht noch eine Weile, aber das dann gleich mal machen. Ich sehe auch wieder nichts. Das Wasser ist so saumässig laut. Das ist doch geil, wenn es plätschert und schädert. Ja, das ist eigentlich schon so geil, beruhigt. Gerade jetzt hier, in dem Schlamassel, wo wir sind, ist es eigentlich nicht schlecht. Das heißt, dass etwas noch etwas runterfahren. Ja, vor allem die Aussicht, man, da fühlst du dich ja immer zuhause. Ja. Also, ja, eigentlich schon. Es sieht bei mir auf dem Balkon fast gleich aus. Ja, bei mir auch fast. Baum fällt ins Wasser. Zum Glück schwimmen wir die Stämme. Ja, das wäre sonst etwas doof. Oh, Alter, ich sehe gar nichts mehr. Nein. Er hat eine Schlatterin. Hier ist es kalt. Ja, das Feuer wäre vielleicht mal keine Scheisse, oder? Ja. Oh ja, das wäre wirklich noch gut. Ich gehe mal kurz schauen, wie sie schlafen können. Aber wir machen gleich hier unten eins, oder? Nein, ich habe immer noch nicht geschlafen. Nein, hör auf! Da geht es gar nicht. Es bringt noch die Hütte ab hier oben. Ja, das geht schon, warte. Ah, ja, es geht wirklich. Wagenfeuer. Da! Ich habe schon eins gemacht. Ah, nein, du hast scheisse Feuer gemacht. Ja. Temporäres. Ja, es brennt gleich wieder weg. Kannst du ihn gleich wieder anzünden? Ja, aber es ist nach ein bis zwei Mal weg. Mach! Das ist ja schade. Ich sehe, es kommt die ganze Baumhüttebrennen nachher an. Esse ich. So, wir brauchen noch ein Stein ein Stück. Aber hast du noch etwas? Stein habe ich noch. Was? Weil ihr frieren jetzt da geht. Oi, oi, oi. Du musst halt nicht ins Wasser reinlatschen. Ja. Die Baumstämme dort fallen. Was willst du machen? Du hast Hunger. Ah, ja. Ich könnte mal Fische rüber tun, aber... Noch zwei stecken. Ja, komm mal. Aber ja kalt, Kassel. Ja kalt, Wärme. Komm rein, ich habe das Feuerzeug an den Arsch. Juhu! 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 Jetzt siehst du einfach, wie die ganze Hüttebränte oben. Juhu! 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 Do you have to stop! Juhu! Ich frage, ob wir von diesem Baum aus überhaupt auf die Plattform kommen, wie wir das genau machen wollen? Böhm, das ist eine gute Frage. Ja quasi... Die Brücke, mit dem geländen wir hier trocken, weisst? Ja das ist so... Keine Ahnung, wenn wir da schauen, wie es funktioniert, da mache ich auch ein Problem etwas her. Wir hätten schon von hier den Selwinde runter gemacht, glaube ich. Scheisse. Sollte ich nochmal abbrechen? Nein, dann verlieren wir die ganzen Seile, die jetzt schon drin sind, oder? Ich weiss nicht, ich glaube, du verlierst es. Juhu, Kollegen sind da. Was für Kollegen? Hast du es nicht gehört? Nein? Es hat schon wieder... ...gerumoriert. Das war wahrscheinlich dein leeren Magen, der rummorte. Nein. Wir können jetzt gerade schlafen, ich sehe nichts. Also komm schlafen. Ja, ich habe gesagt gerade, noch nichts. Gerade. Dann zieh mich schon mal ab. Das Üeli ist fast voll. Krass. Alter. Hier, Mann! Da, komm, mach! Ja, es ist nur noch das feinste Strichli, ey. WTF? Jetzt dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Kassel. Hallo! Ey, aber Alter, schau, wie das hier aussieht. Komm nochmal rauf. Ich komme jetzt nicht mal rauf, ich sehe es auch von unten. Ich muss ein Foto machen. Ja, dann mach das Foto ohne mich. Okay, jetzt ist das Vögel hier. Nein! Jetzt ist es weg. So, jetzt müssen wir zuerst mal Wasser... Ah, wir müssen noch das Feuer hier unten machen. Ähm... Da schauen wir immer wieder rauf in Säcken, um an das Feuer hinzukommen. Ähm... Machen wir auch hier nochmal das Feuer. Lagerfeuer. Dann mache ich das noch schnell da. Die scheiss Stämme! Ah, da habe ich schon offen. Da können sie jetzt Fuss nehmen. Ja. 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 Das ist einfach hier. Wenn wir hier runter schauen, was sehen wir da so? Ah, da war ich vorher schon einmal. Die Axt ist einfach so für nichts. Ja, wir müssen unbedingt eine neue Axt finden. Ja, ich kann mal ein wenig rum schauen. Ähm... Was man noch so machen könnte. Ja. Oder so finden, besser gesehen. Ah, eine Hase fallen! Wie haben wir dann gemacht? Ich glaube, da sind sehr viele Hase rum. Ich glaube, das sollte jetzt wirklich klappen mit den Dings. Okay. Oh, jetzt fällt mir ein Stein. So, da. Ja, Moin. Hm... Hey. Wie ist das für ein Baum? Wie um? Ah. Wasser wollte ich auch. Stimmt. So. 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 Na ja, kochen. Du kannst auch grillieren. So komm mach ich, ich stirbe jetzt wieder Hunger. Wie viele Vögel da jetzt? Ruherschlimm. Oh nice, jetzt bin ich wieder voll set. Top habe ich auch wieder. Geil, okay. Äh, ah, 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 ah. Noch mal ein Fisch rein. So, äh... Du hast vorhin gesehen oder du hast irgendetwas gehört? Bis jetzt habe ich noch niemand gehört. Nein, ich habe vorhin gehört über die Kannibalen. Ich würde überlegen, ob ich bei den Baumplannen hier nochmal... Baumplannen? 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 Ich glaube, ich habe ihn oben ein bisschen zu hoch angesetzt. Das ist halt noch eins. Das sind noch die Hölz. Hölz. Alter. Es läuft hier. Hölz. 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 Wenn ich auf ihn zu laufen sag, kann ich ihn gleich wieder weg. Ich bewerf ihn mit Steinen. Oh oh, blöde Idee war. Komm, jetzt habe ich auch so eine Krülle. Verpiss dich von den Kollegen. Jetzt greift er mich einfach an. Er ist so eine Bitch. Verklopft dich schnell. Keine Chance hast. Kleiner Fisch. Hier. Lass ihn auch etwas verschmerzen lassen. Keine Ahnung, wo die anderen hergegangen sind. Es waren etwa viele Leute da. Jetzt sind aber alle weg. Jetzt. Ich habe auf unserer Plattform keine Dings angedocken. Das geht nicht. Ich habe den Baum aus. Schade. Ja, ist auch egal. Aber wegen dem Seilzug. Da musst du glaube ich Dings machen. Du musst glaube ich, wo ist das so? Du musst nicht auswählen, dass du Dings machst. Am Baum. Sondern am besten nimmst du die Freistellung. Weil die kannst du auch noch oben drauf stellen. Das geht auch noch. Was? Hier oben? Nein, auf der Plattform, die du gebaut hast. Hier links. Die kannst du oben drauf stellen. Nein, die würde jetzt direkt von hier runter. Ja, dann machst du das so, wie du willst. Ich würde jetzt hier starten und dann direkt aus der Kette. Ich kann jetzt das abbrechen. Also. Also gut, wo bin ich? Die Stegen habe ich jetzt gebaut. Jetzt haben wir noch den Rest unten. Ja, das reicht nicht. Jetzt nutzen wir da ein wenig mehr Bäume ab. Schade, schade, schade. Nein, ich muss ja nicht die Plattform bauen, also nicht das Ding bauen, wenn ich direkt vom Baum ausmache. Ja, wie du willst, wir spüren jetzt alle. Jetzt ruft du mal wieder mehr Bäume. Ja, wow. Du bist aber auch ein fauler Kaip, hey. Nein, wie ressourcensparend. Ja. Man kann es auch so umschreiben. So. Ressourcensparend. So. So. Ich klatsche noch mal rein und dann ist die Folge schon wieder rum. Hast du noch ein Seil? Nein, ich weiss nicht. Was schaue ich nachher. Ah, du hast die Plattform schon gebaut. Nur noch die Stegen hast du da. Gut. Dann bauen wir noch mal die Stegen. Da muss ich nachher die Vögel auf den Grill holen. Um diese zu essen. Hui. Ah, noch 5, ich muss mal einen Baum fällen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Mit dem Zeug. Ja. Ich brauche 5 Seilchen. Hast du noch eine Teile? 3. Kleine 5. Ja, genau diese mal noch rein. Ja, dann kann ich dir ja gleich zu Wort übergeben, um abmoderieren. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle grösser ich erst mal. So, äh, ich kletter jetzt da noch den Wasserfall hoch. Und, ähm. Uh, das ist tatsächlich geschafft. Äh, nein, meine Damen und Herren. Warte, ich mach mal ein Tötchen von hier. Komm mal, komm mal zu mir. Ach, mach jetzt die Scheissabmoderation, sonst wird es wieder zu lange. Ich komm hier. Wir sind erst bei 18 Minuten, 19 jetzt. Schau mal zu mir. Nein, 19 Minuten sind wir. Über 19 Minuten. Ja, sag mal 19. So, hier, stopp und zack. So, meine Damen und Herren, der Castle will, dass wir die Folge beenden. Der Fotogene-Boss. Ich würde euch gerne ein bisschen mehr Zeit spenden. Ja, ja, jetzt bin ich wieder der Böse. Bin ich wieder der Böse. Weisst du was? Oh! Au! Frisch kein Leben, du nicht so. So, meine Damen und Herren, wenn es euch gefallen hat, dann lasst euch gerne das Film wieder an. Hoffen wir eigentlich ein bisschen unterhalten können. Teilen das Video mit euren Grosseltern und äh, denen euren Grosseltern. Und au! Warum Steine schmeissen? Mach! Mach! Mach, habe ich gesagt! Auf! Tschüss zusammen! Ciao!